Wir brauchen zwei Tonleuchter, ein Altar Entschuldigung, und eine Göttinnenstatue Das muss der Bauplan sein Sieht genauso aus wie der alte Altar Was war hier gerade? Die alte Göttinnenstatue und der Altar stehen immer noch hinten im Lagerraum Der Kirche hinter ein paar Kisten Du kannst sie benutzen, um den Bauplan fertigzustellen Und den Altar im alten Glanz erstrahlen zu lassen Hinten Hinter Kisten im Lager Ach wahrscheinlich hier Das ist gut Ach toll, jetzt habe ich das ganze Zeug im Ding Ach Sag mal, kannst du mal wieder weiter weg? Danke So Das ist habbar Habbar Das hauen wir da rein Blätter Bildhübsche Blätter, die in einem bombastischen Baum gewachsen sind So Hier haben wir Samen Leuchtglöckchen Kürbelsamm Ah, Kürbelsamm Du gehörst da nicht rein Ich glaub, das war alles, oder? So Wir brauchen den da Ich glaub, wir müssen erstmal hämmen Da Nun Kommst du hier? Ja Jetzt hat er das Zeug wieder da Von So, dann müssen wir wieder da rein. Den da. Gott, den Kerzen will er wieder haben. Gehen. Jetzt haben wir es aber. Es fehlt noch. Oh, die gehört da oben hin. Entschuldigung. Kann ja mal passieren. Haben wir. Juhu, mein Alter. Er ist so gut wie neu. Ich danke dir. Bitte, bitte. So, Samir. Noch einmal vielen Dank, Herr Bauer. Es war toll, dir beim Arbeiten zuzuschauen. Diese Kirche wurde vor langer, langer Zeit von einem Erbauer konstruiert, der nach Grünfeld kam. Streng genommen hat er fast alles hier erschaffen. Er hat die ganze Insel von einem Bratland in eine wunderschöne Utopie verwandelt. Wenn ein Erbauer das alles gemacht hat, wieso glauben dann alle hier, dass Erbauer nur Zerstörung und Verzweiflung bringen? Tja, das ist eine lange Geschichte. Vergiss nicht, was du sagen wolltest. Wir haben Gesellschaft. Äh, Scherz. Was hat dieser abscheuliche Altar zu bedeuten? Was fällt euch zum Knochen ein, unsere heiligen Altar an Hargon zu zerstören? Und an seiner Stelle auch noch etwas Neues zu bauen. Erbauen. Uff, da sind die Kinder Haggern schon wieder. Komm, Tigere, erteil mir dem Knochenkerl dort meine Lektion. Au. Nebem. Hey. Uff. 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 ach schien ja alles kaputt oh safra plus 2 toll haben wir grusatisch warum ist das mit dem wieder reden das war wirklich gruselig ich dachte schon es müsste noch mal sterben danke dass du diese fanatiker vertrieben hast der bauer und dir danke ich auch du magst zwar spitze hörchen und komische gruselige augen haben aber mit dem kämpfen kennst du dich aus aber was genau bist du dich umgibt eine solch mächtige aura der zerstörung was meinst du damit ich bin einfach nur ich ja wenn du das sagst ihr seid mir beide eine große hilfe gewesen ich schulde euch mein leben es mag nicht viel sein aber ich will dass ihr die hier bekommt wir klicken kürbis sammeln das war ein paar da wo diese herkommen gibt es noch mehr wenn ihr sie haben wollt sie befinden sich unter der erde in den katakomben ihr müsst den boden aufreißen um an sie heranzukommen aber sie gehören ganz euch versprecht mir nur sie in gutem boden zu pflanzen und jeden tag zu gießen wenn du doch nur ein neues gottes gewächs anbauen und ein erntefest abhalten könntest da würde ich vor lauter glück diese welt endgültig verlassen was genau das hast du vor und ich darf kommen und mitmachen wenn du das machst ich bin so froh ich könnte moment ist das ein trick willst du mich so glücklich machen dass ich für immer verschwinde tut mir leid ich bin nur paranoid ich hoffe dich bald wieder zu sehen viel glück bei deiner mission und vergiss die kürbissamen im keller nicht muss ich mich jetzt echt darunter buddeln ach hier müssen wir kloppi kloppi machen na was soll es hey servus was willst du ja wie was treibt denn mensch im keller einer heruntergekommenen verfallenen alten kirche wie dieser du musst mausestark sein wenn du hierher gekommen bist in der kirche spukt es weißt du quik angeblich hat der priester früher sam gesammelt um sie in seinem schönen garten einzupflanzen doch jetzt sucht er die kirche heim die früher sein zu hause war diese schatztruhen enthalten seinen kostbarsten besitz die samen die er im laufe seines lebens gesammelt hat keine noch lebende seele weiß von ihnen du könntest die an dich nehmen und niemand würde es hier fahren doch der geist aber gib nicht mir die schuld wenn der geist des priesters auftaucht um sich sein geschätztes eigentum zurückzuholen zwei kürbel samen echt wo geht es hier noch hin ach guck mal und er geht mal hier hoch holle ja 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 nimm Same ja 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 Wenn das hier schon rumliegt. Hau den mal. Gammel, Erde. So, jetzt haben wir doch hier noch den einen Typen. Ah, da brauchen wir noch ein paar. Oh, nein, 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 ey. Mibben. Ey. Ah, haben wir schon. Ey, sag mal jetzt, wir sind fertig. Hm, gut gekämpft, Mensch. Garstige Gesellen, sie waren diese Bogenwichte. Darauf aus, den Wald zu zerstören. Aber aufgehalten, du sie hast. Ein Geheimnis ich kenne. Ein Erbauer du bist, nicht wahr? Ein Geschenk erwähnt, ich habe hier. Uh. Eicheln. Eicheln es sind, in gesundem Boden du sie pflanzen sollst. Dann daraus ein großer Baum erwachsen wird. Pflanze genug, denn schon bald einen Wald du haben wirst. Und einen Wald anpflanzen, du musst, Erbauer. Wiesen voller Gras auch den Kindern Hargons nicht nachgeben wir dürfen. An die Allianz denken, du musst, ein uralter Pakt zwischen euch Menschen und Schützenwichten und den satten Ratten. Noch viel zu sagen, ich habe junger Erbauer, aber schon lange ich gesprochen habe. Wenn nach mehr Wissen es dich dürstet, wenn nach meinen Geschichten du hungerst, dann sprich erneut mit mir. Und stürstet. Der Erbauer, von dem so viel gehört ich habe, du das bist. So belämmert du aussiehst, viel belämmert, als erwartet ich habe. Einer Bauer vor langer Zeit hierher kam. Es heißt, ritterlich ergewiesen sein soll, tapfer ergewiesen sein soll, weise ergewiesen sein soll. Ein unglaublicher junger Mann. Keine Rolle, er spielt. Als gestorben das Gottesgewächs ist, verdorben die Erde ist. Viel gelitten wir haben, gejagt von den Kindern Hargons wir wurden. Junger, Herr Bauer, wenn das Gottesgewächs ist, erneut aufblühen lassen, du willst, ah, jetzt hol den Schuh raus, dann die Allianz dir helfen könnte. Ein Pakt, Jahrhunderte alt, die Allianz ist. Zwischen den Wichten, den satten Ratten, den Schlänglern und den Menschen. Vergessen von vielen diese Tatsache ist, doch von den Anführern der Stämme die Erinnerung am Leben gehalten wird. Die Hoffnung am Leben gehalten wird. Eines Tages voller Grün diese Insel sein wird, wenn der Übelwind nicht mehr weht und das Leben zurückgekehrt ist. Auf der Halbinsel dort draußen du schon gewesen bist, auf dem Friedhof dort vor neugierigen Augen versteckt eine Sammlung liegt. Falls an diesem Ort noch nicht nachgesehen du hast, dorthin du gehen solltest. Da waren wir schon. Gut, erstmal genug. Leuchtblöckchen. Y-Grünfeld-Bauernhof. Jumpy jumpy. Ach scheiße, jetzt habe ich ein Ding vergessen. Den blöden Gorilla. Äh, Goblin. Ach, wenn hier schon wieder alles rumliegt. Guck mal, wie die häufen. Ja, schüttet nur schön aus. 176, nice. 483 brauchen wir noch. So, kommt ihr mal hierher. Donnerlütchen-Tigerlein, du hast es geschafft. Du hast den Grünfeld Sumpf getrotzt und die Tomatensamen mitgebracht. Du hast den Ort gefragt, wie man sie anbaut. Kannst von Glück reden, dass du nicht gefressen wurdest. Naja, immerhin hast du rausgefunden, wie es geht. Das hast du doch, oder? Wir müssen sie richtig anbauen, damit das Gottesgewächs groß und stark wird. Also dann, lass die wachsen. Rosi, bleib doch mal da. Klasse, Tigerlein, du hast alle Kürbis-Samen gefunden, die wir brauchen. Das ist ein wichtiger Schritt in unserem Vorhaben, dem Gottesgewächs eine alte majestätische Pracht zurückzuverleihen. Wo hast du denn die ganzen Samen gefunden? Sie wurden von einem Geist bewacht. Die müssen ihm viel bedeutet haben, als er noch lebte, wenn er sie sogar im Tode noch bewacht. Er muss wirklich an dich glauben, wenn er dir etwas so Wichtiges anvertraut. Also enttäusche ihn nicht. Hege und pflege die Kürbisse so, wie sie es verdient haben. Pastor L hat gesagt, dass sie sich einfach anbauen lassen sollten. Du musst die Samen nur in gepflügter Erde einpflanzen und sie so wie die Kohlköpfe und den Weizen gießen. Also los! Haben wir auch, haben wir schon wieder das nächste. Du bist bis in den Grünfeldsumpf gelaufen, um diese Kürbis-Samen zu finden, Tigerlein. Es wäre wirklich eine Schande, sie nicht alle anzupflanzen. Hmm. Ja, Tigerlein, du hast gut daran getan, diese Kürbis-Samen zu beschaffen. Die Kinder Hargons versuchen schon seit langem, sie zu finden und zu vernichten. Wenn du sie anpflanzt, sind wir der Vervollständigung des Gottesgewächses einen Schritt näher. Deine harte Arbeit wird Gemüse einbringen und Früchte tragen. Du hast den Pastor gehört, Tigerlein. Lass uns diese Kürbis-Samen anpflanzen. Ich will sehen, wie sie keimen. So, er hat auch noch was. Tigerlein, wir stehen kurz vor der Wiederherstellung des Gottesgewächses. Dies musst du erreichen, damit sie gelingt. Die Saat des Erfolgsteils 2. Ja, ja, ja. Das kennen wir schon. Ich wollte ihn hier. Also, wann willst du die Tomaten-Samen denn anpflanzen, die du so tapfer aus dem Sumpf geholt hast? Ah, die Tomate, meine einzige Schwäche. Ich habe noch nie so etwas wie eine Tomate gesehen. Also kann ich dir bei ihrem Anbauen nicht weiterhelfen. Ich empfehle all das zu probieren, was du im Grünfeld-Sumpf erfahren hast. Momentchen mal, Pastor L. Ich dachte, dass du alles übers Anbauen von Pflanzen und so weißt. Ich fange langsam an zu glauben, dass du gar nicht so allwissend bist, wie du vorgibst. Hast es dir überhaupt verdient, diese Draco-Ruwe zu tragen? Schweig, Sterblicher! Wann habe ich jemals etwas Falsches behauptet? Ich habe lediglich angegeben, fast alles zu wissen. Donnerrüttchen, hab Gnade, Pastor L. Bitte, ich habe es nicht so gemeint. Ähm, also, Tigerle, der Org, den du im Sumpf getroffen hast, hat dir beigebracht, wie man Pflanzstäbe benutzt, ja? Dann überlasse ich den Rest mal dir, stelle einen dieser Pflanzstäbe auf und dann sehen wir, ob das die Tomatensamen nicht zum Keim bringt. Ja, mein oh geil, was ist denn hier? Oh, ey! So, erstmal hier ausmisten. Hallo, Bambam. Hey, du, kotze einmal, du. Warte mal, erstmal da drüben. So, hier rein. So, ja. So, wo haben wir denn jetzt? Bambam, lasst doch mal. Boah. Na ja. Hier haben wir sie. Das ist der Kürbis. Ob ich denn jetzt eine Tomaten sammeln? Die sollten wir schon auch mitnehmen. So, eins, zwei. Ja, und hier. Ja, und hier. Ja, und hier. Ja, und hier. So, die haben wir. Ja, und hier. 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 Ja.